Hallo ihr MuiPilot! Es ist Mittwoch, das bedeutet natürlich Endortime auf MuiPilot. Ich habe Folge 11 für euch gesehen. Wir sind schon fast am Ende dieser Serie. Können Sie das glauben? Geht es für euch auch so schnell wie für mich? Oder sagt ihr die Nummer zieht sich? Das würde mich direkt interessieren. Schreibt mir das in die Kommentare. Ja, hier würdest du spoilern kommen. Und alles was jetzt folgt ist nur meine Meinung. Und ich klinge ein bisschen verschnupft. Das ist nun mal so. So, alles. Läberfurt ist tapet. Legen wir los. Okay, wie gesagt, wir sind jetzt bei Folge 11 von Ender angekommen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das die beste Star Wars Serie aller Zeiten ist. Ich weiß, oh Eve, so positiv. Bist du nicht voreilig? Ich glaube nicht, dass ich voreilig bin. Ich habe jetzt 11 Episoden durchgehend genossen. Halte das wirklich für qualitativ hochwertigen Content. Und ich halte es auch nicht für ein kontroverses Statement. Das ist so spannend. Gefühlt jeder, der die Serie guckt, findet sie geil. Aber zu wenige Leute gucken diese Serie. Und ich glaube, deswegen sollte ich fast so ein Public-Statement-Announcement-Blablabla-Dings machen. PSA. Guckt diese Serie. Meine Güte. Also wenn ihr Star Wars mögt und irgendwie traurig seid oder entfremdet von einem Franchise, das euch mal eine Menge bedeutet habt. Das ist seine Ding. Ich glaube, das könnte sehr viele Leute zurückholen. Denn Star Wars ging es in letzter Zeit nicht gut meiner Meinung nach. Ach nein. The Book of Boba Fett war im besten Fall durchschnittlich. Obi-Wan Kenobi war für mich persönlich kacke. Ja, das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe, das ich erstmal nicht in die Kamera sagen wollte, weil alle sagen, Yves, du hast so, man sollte den Mund mit Seifer auswaschen. Aber es ist kacke. Es war kacke. Und es wird auch immer kacke bleiben. Und Andor war die Serie, auf die ich nicht gewartet habe. Und sie haut mich von Woche für Woche um. Slow Burn, ja, langweilig nicht. Aber die Kritiken sprechen eigentlich für sich, habe ich das Gefühl. Und wirklich fast jeder, der diese Serie guckt, sagt mir, wie toll er sie findet. Und deswegen, wenn man etwas wirklich liebt, sollte man es auch supporten und einschalten. Und genau das mache ich bei Andor, weil es lohnt sich, ich supporte die Show. Letzte Woche hatten wir diesen dramatischen Ausbruch aus dem Gefängnis. Und wir wissen auch nicht wirklich, was aus Andy Serkis geworden ist. Okay, Fairness halber, ich muss nicht sehen, wie er exekutiert wird. Aber ich gehe davon aus, dass genau das der Fall ist. Er wurde höchstwahrscheinlich exekutiert. Er kann nicht schwimmen. Was soll denn sonst aus ihm geworden sein? Echt heftig. Diese Woche machen wir weiter mit Andor und jemandem, mit dem er geflohen ist. Und die hängen auch noch an solchen Bergen. Und der eine hat schon fast keine Kraft mehr. Und man fragt sich, sind das die einzigen, die übrig geblieben sind? Das kann doch nicht wahr sein. Das würde bedeuten, dass all diese Schwärme von Leuten, die da rausgeschwommen sind, alle tot sind? Uff. Und ich dachte, das sind alles Rekruten für die zukünftige Rebellion. Spannenderweise, das ist mir letzte Woche gar nicht aufgefallen und in den letzten Wochen auch nicht. Die Sträflingskleidung, die sie getragen haben. Dieses Weiße mit dem Orange an den Seiten, das wird irgendwann mal, das werden die Flaggen der Rebellion. Das finde ich eigentlich ganz geil, den Einfall, dass sie die Sträflingsklamotten, die ihnen aufgezwungen wurden, umdeuten und zu sagen, ja, die tragen wir jetzt. Und als eure Sträflinge, als eure Unterdrückten, wehren wir uns und schreiben uns das auf die Flagge. Das finde ich irgendwie wahnsinnig krass. Das ist ein heftiges politisches Statement. Und einer der weiteren Gründe, warum diese Serie so subtil ist und so clever ist und so, ja, impactful ist. Das ist sie einfach, meine Güte. Aber ja, ich muss sagen, Woche für Woche sage ich ja, dass diese Serie nicht diesen Star-Wars-Humor hat. Erst recht nicht den Disney-Star-Wars-Humor, der mir hart auf die Nüsse geht. Diese Woche gab es es ein bisschen. Ich fand es nicht wirklich schlimm, aber als Andrew und der Typ da von diesen seltsamen Aliens mit Fischernetzen erwischt werden, war es nett? Ja. Waren die Kostüme cool? Ja. Hat es zum Ton der restlichen Serie gepasst? Nein, ich finde nicht. Ich finde, irgendwie war das schon fast entfremdend, weil es hat sich schon fast ein bisschen Slapstick-mäßig angefühlt. Ich weiß, es war jetzt nicht so over the top wie Sachen aus den Sequels oder Sachen aus Obi-Wan oder Sachen aus Boba Fett, wo er dieses Häschen in deiner Küche jagt. Nein, aber zu diesem extrem ernsten, seriösen Ton, finde ich, hat es nicht wirklich gepasst. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Schuld der Serie, weil die Serie nimmt es nicht sehr ernst. Ich meine, verdammt ernst. Und wenn wir dann diese leichten Momente haben, ist es schon fast Kulturschock. Aber egal, ich will es der Serie nicht anlassen, denn es hat mir die Folge nicht kaputt gemacht, hat mir auch die Serie nicht kaputt gemacht, aber es ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich denke, es stimmt, spielt ja immer noch in dieser Welt. Hm, interessant. Dann machen wir natürlich weiter mit Mon Motma, die ja auch ziemlich verzweifelt ist und das Geld zusammenkriegen will. Sie riskiert hier eine Menge. Dann machen wir auf Ferex weiter und ja, die Ziehmutter von Andor ist gestorben und man bereitet da eine Beerdigung vor. Und das Spannende ist, das ist auch so ein cleverer Move. Alle lecken sich schon die Finger danach und sagen, ja, gönnt ihr eine Beerdigung, eine private Beerdigung. Andor wird auch da auftauchen und so können wir ihn schnappen. Darauf freut sich unser kleiner Cyril. Darauf freut sich, ich vergesse ihren Namen Woche für Woche. Ihr wisst schon, diese imperiale Geheimagentin da, die in diesem Intelligence Facility arbeitet, die freuen sich da alle drauf. Die denken, das ist unsere Chance zuzuschnappen und das finde ich wahnsinnig clever. Und Andor weiß noch nicht mal, dass seine Mom gestorben ist. Das ist alles tragisch. Parallel machen wir mit Luthen weiter und dem Konflikt zwischen ihm und Saw Gerrera. Was halt so geil ist, weil wenn man diese ganzen Szenen sieht zwischen Saw Gerrera und ihm und gleichzeitig zwischen Andor und dem Typen, mit dem er geflüchtet ist, sehen wir zwei sehr unterschiedliche Fraktionen und Ideologien der Rebellion. Die einen sind absolut bereit, über Leichen zu gehen. Ich meine, Saw Gerrera wird ja auch irgendwann als politischer Extremist bezeichnet im Rogue One. Und Luthen ist es ja auch irgendwie. Ich meine, er ist ja sehr skrupellos. Aber er ist bereit, für die Sache zu sterben und er ist auch bereit, für die Sache zu morden. Das heißt, das unterscheidet ihn sehr von Andor zum jetzigen Zeitpunkt und generell zu der Rebellion, die wir kennen aus der originalen Star Wars Trilogie. Bei denen geht es sehr viel um Moral. Also wir müssen den Leuten zeigen, was in diesen Lagern eigentlich passiert. Ich so, woof, der politische Unterton erneut. Echt heftig. Und das ist immer noch Star Wars. Und ich finde es stark. Ich finde es wirklich stark. Und dann haben wir zwei Szenen, die für mich diese Serie, diese Episode echt gemacht haben. Weil letzte Woche war es ja generell non-stop-thrill mit diesem Ausbruch. Diese Woche gab es zwei Sequenzen, die einfach nur unfassbar stark waren. Die eine, ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Und Luthen wird im Grunde genommen rechts rangehalten vom Imperium, die generell auf der Suche nach Piraten sind. Und wie pragmatisch er da an Bord bleibt, obwohl ihm ja eigentlich der Kackstift gehen musste, fand ich echt, echt stark. Also die Tatsache, der sagt, ja okay, bereite meinen Fake-ID vor und so weiter und so fort. Bereite schon meinen Notfallplan vor und so weiter und so fort. Während die sagen, Entschuldigung. Also das dauert uns echt ein bisschen lange. Und der ID, der deckt sich zwar und scheint nicht Fake zu sein. Aber wisst ihr was? Lektionen muss man erteilen und man muss auch üben. Deswegen, wir ziehen ihn jetzt trotzdem mit an Bord. Und man denkt sich, wie kommt er aus der Nummer raus? Ich dachte doch, ist das das Ende von Luthen? Weil die Season neigt sich dem Ende zu. Ich habe ihn nie in Rogue One gesehen. Er kann jederzeit sterben. Und ich fand es so genial, wie er dann erst mal, ich weiß nicht, was genau er da eigentlich von Bord geworfen hat, was dann angezogen wird von diesen Antennen, die dann alle explodieren. Das fand ich ziemlich stark. Und es sah halt aus, diese Laserbeams, die er hat. Es sah schon fast aus, die Ikonografie eines Lichtschwerts, mit der er dann diese TIE Fighters in ein paar Hälften teilt. Unfassbar. Zeigt mir erneut, warum er der krasseste Badass in dieser Show ist und eine der faszinierendsten Figuren in der neuen Star Wars-Historie. Fand ich großartig. Und die zweite Szene, ihr wisst, was jetzt kommt, das emotionale Ende. Andor ruft tatsächlich zu Hause an und sagt, dass die ganze Zeit keine Namen, keine Namen, ich möchte, dass du meiner Mom sagst, dass ich stolz auf sie bin und alles, was ich hier mache, gut ist. Und dann erfährt er, sie ist tot. Und einfach nur, wie seine Welt zusammenbricht und eigentlich alles, was er ja gemacht hat, war der durch diese Ziehmama gelernt. Ich fand auch die Szene mit dem Droiden süß. Das hätte echt kitschig sein können. Aber dass dieser Droide so allein ist und so traurig ist und auch nicht alleine sein möchte, das war alles stark. Alles in allem für mich eine weitere sehr, 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 sehr gute Folge. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zur Folge 11 von Andor? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.